Ich liebe dich. Verlass mich bitte nicht. Oh Gott, Papa singt schon wieder. Das klingt nicht gut. Ich habe eine Idee. Ich werde Sänger und dann werde ich reich. Hat er aufgehört? Ich hoffe. Du spielst mit meinen Gefühlen. Ich werde dich nie wieder betrügen. Oh Baby! Max weint wegen Papa. Das kann so nicht weitergehen. Lass mich nie wieder los. Komm in meinen Schoß. Oh Baby! Aber wie kann ich berühmt werden? Ich weiß. Ich gehe zu einem Casting. Bitte mach, dass er aufhört. Ich kann nicht mehr. Ich rede mit Papa. Ich habe Glück. Morgen gibt es ein Casting. Ich werde mitmachen und gewinnen. Was machst du hier? Du hast dein Handy kaputt gemacht. Ist doch egal. Wir sind bald reich. Warum sind wir bald reich? Ich werde ein Sänger und verdiene Millionen. Und wie willst du Sänger werden? Morgen ist ein Casting. Da gehe ich hin. Du kannst überhaupt nicht singen, Paul. Doch, natürlich. Ich zeige es dir. Oh. Du bist die einzige Frau für mich. Ich liebe nur dich. Oh Baby! Das klingt echt nicht gut. Ich finde, das klingt gut. Willst du echt zu diesem Casting gehen? Ja, ich werde gewinnen. Du brichst mein Herz. Es ist so viel Schmerz. Das ist kein Scherz. Oh Baby! Siehst du, ich kann singen. M Willst du mitkommen zum Casting? Dann kannst du mich anfeuern. Besser nicht, Paul. Dann frage ich halt Mia. Sie kommt bestimmt mit. Mia, ich habe eine Überraschung. Was denn? Ich mache bei einem Casting mit. Willst du mitkommen? Wirst du da singen oder was? Ja, ich werde Sänger. Dann sind wir reich. Äh, Papa? Ja, mein Schatz? Du kannst nicht singen. Doch, natürlich kann ich das. Willst du es hören? Nein. Okay. Ich bin der beste Vater der Welt. Leider habe ich kein Geld. Deshalb werde ich ein Superstar. Max weint. Pia, Max braucht Essen. Also, kommst du mit zum Casting? Glaubst du echt, dass du gewinnen wirst? Ja, natürlich. Ich kann voll gut singen. Du kommst auch ins Fernsehen. Ernsthaft? Dann komme ich mit. Ja, dann sieht dich ganz Deutschland. Cool. Okay. Ich komme mit. Du musst mich aber anfeuern, okay? Ja, werde ich machen. Ich gehe zum Casting. Guck mal, wie gut ich singe. Ich hoffe, Papa blamiert sich nicht im Fernsehen. Und wie hoch ich vor Freude springe. Oh Gott, wann fahren wir morgen los? Ich wecke dich um 7 Uhr. Wie bitte? Vielleicht auch um 6.30 Uhr. Das meinst du nicht ernst. Morgen ist Samstag. Ich stehe bestimmt nicht um 6.30 Uhr auf. Dann wecke ich dich um 6.31 Uhr. Bis später. Ich gehe jetzt noch üben. Wie soll ich um 6.30 Uhr aufstehen? 6.31 Uhr? Das macht es nicht besser. Doch, du kannst eine Minute länger schlafen. Ja, wow. Verdammt, wie soll ich bloß aufstehen morgen? Aber das Casting wird cool. Hast du in die Windeln gemacht, Max? Das stinkt widerlich. Vier Stunden später. Mein Herz tut so weh. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott. Sei leise, Paul. Aber ich muss doch üben. Ich habe morgen doch mein Casting. Ich kann es nicht fassen. Ich werde auf jeden Fall ein Sänger. Ist das dein größter Wunsch? Ja, ich wollte schon immer Sänger werden. Seit ich ein kleiner Junge war. Du bist so toll. Und so wundervoll. Willst du meine Freundin sein? Sonst stelle ich dir ein Bein. Ich werde es schaffen. Kannst du jetzt bitte schlafen? Nein, ich muss noch üben. Ich habe Gefühle für dich. Du bist die einzige Frau für mich. Oh, Baby. Das reicht jetzt. Du wächst noch, Max, auf. Oh, du hast recht. Komm jetzt ins Bett oder du schläfst auf der Couch. Ich komme ja schon. Ich bin echt gespannt, wie das Casting morgen wird. Vielleicht wird Papa ja echt ein Superstar. Aber ich glaube, er wird sich blamieren. Naja, ich hoffe mal das Beste. Hoffentlich kann ich morgen früh aufwachen. Ich bin überhaupt nicht müde. Am nächsten Morgen. Heute ist der große Tag. Was ist denn los? Heute ist das Casting. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Fünf Uhr morgens. Warum bist du schon wach? Ihr wolltet doch erst um sieben Uhr losfahren. Ja, aber ich bin so aufgeregt. Ich liebe dich. Du bist die einzige Frau für mich. Ich liebe dich nicht mehr, wenn du nicht sofort damit aufhörst. Oh, okay. Ich mache mich dann mal fertig. Viel Erfolg beim Casting, mein Schatz. Danke. Ich werde mein Bestes geben. Mia! Paul will Mia um fünf Uhr wecken. Na, viel Spaß. Mia? Du musst aufstehen. Ah, ich habe eine Idee. Du musst aufstehen. Sie wacht nicht auf. Wir müssen zum Casting gehen. Ah, ich weiß. Es gibt Döner. Döner macht nämlich schöner. Hä? Hat jemand Döner gesagt? Guten Morgen. Steh bitte auf. Wie viel Uhr haben wir? Fünf Uhr zehn. Wie bitte? Du wolltest mich doch begleiten zum Casting. Ja, aber um sechs Uhr einunddreißig solltest du mich wecken. Aber ich bin so aufgeregt. Lass mich noch eine Stunde schlafen. Okay, dann gehe ich schon mal duschen. Aber bitte sing nicht in der Dusche. Aber bitte sing nicht in der Dusche. Doch, ich muss noch üben. Du bist mein Schatz. Neben dir ist mein Platz. Ich liebe dich so sehr. Ohne dich ist es so schwer. Oh, Baby. Das ist ja nicht auszuhalten. Ich bin gespannt, was im Casting passieren wird. So, ich bin bereit für das Casting. Ich werde das schaffen. Ich glaube fest daran. Ich muss jetzt etwas Cooles anziehen. 40 Minuten habe ich noch. Ich schlafe mal noch ein bisschen. Hm, was soll ich anziehen? Ah, ich weiß. Das sieht ganz gut aus. Aber da fehlt noch etwas. Ah, genau. So, jetzt ist es perfekt. Ich gehe mal Mia wecken. Mia, steh jetzt auf. Wir müssen losfahren. Döner. Gibt es Döner? Nein, wir müssen jetzt zum Casting fahren. Wir haben doch erst 6.20 Uhr. Egal. Ich will nicht zu spät kommen. Zieh dich bitte an. Ist ja gut. Ich warte draußen auf dich. Jetzt geht's los. Ich bin echt gespannt. Steig ein. Wie lange müssen wir fahren? Nur 20 Minuten. Sind wir dann sofort dran? Ich weiß nicht. Mal schauen. 20 Minuten später. So, wir sind jetzt da. Wir müssen in das Gebäude da hinten. Alles klar. Hallo. Ich würde gerne beim Casting mitmachen. Gerne. Sie können gleich reingehen. Darf ich auch rein? Ja, das darfst du. Was ist denn mit der los? Die hat es wohl nicht geschafft. Jetzt können sie rein. Äh, na gut. Ich werde es schaffen. Komm, Mia. Wie heißt du? Paul Müller. Ich will berühmt werden. Was möchtest du heute singen, Paul? Ich habe ein eigenes Lied geschrieben. Wir sind gespannt. Du spielst mit meinen Gefühlen. Ich werde dich nie wieder betrügen. Oh, Baby. Stopp. Das war gut, oder? Du kannst überhaupt nicht singen, Paul. Wie bitte? Von mir kriegst du ein Nein. Von mir auch. Dreimal Nein. Ihr habt doch keine Ahnung. Ich werde mein Lied auf YouTube hochladen. Dann werde ich berühmter als ihr. Komm, Mia. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video.